Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Wildkaninchen und Feldhase. Kennst du den Unterschied? Ist das eine einfach eine kleinere Ausgabe des anderen? Oder unterscheiden sich Wildkaninchen und Feldhase auch durch ihre Lebensweise? Dieser Frage wollen wir in diesem Video nachgehen. Dabei wirst du nicht nur erfahren, wer ein Kulturfolger ist, sondern auch inwiefern der Begriff Angsthase wirklich mit dem Hasen zusammenhängt. Wildkaninchen und Feldhasen gehören zu den Hasentieren. Wir wollen uns zuerst einmal das Wildkaninchen näher ansehen. Ursprünglich kommt das Wildkaninchen aus dem Mittelmeerraum. Heute findet man sie auch bei uns in Gärten, an Waldrändern oder auch in städtischen Parks. Kaninchen bevorzugen Gegenden, in denen der Boden trocken und locker ist. Denn nur dort können sie ihre unterirdischen Gangsysteme graben. Ein Kaninchenbau besteht aus einer Vielzahl an Röhren und Kammern. Dort lebt ein... Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.